Willkommen im Team. Wir stehen jeden Morgen vor der Sonne auf. Zum Duell mit unserem größten Gegner, dem Highscore im Kopf. Unser Adrenalinpegel treibt uns an. Oder unser Trainingsplan. Es gibt den Trainer, es gibt die Uni und jede Menge Rivalen. Wir lieben den Sport trotz aller Hürden. Wir machen weiter, auch wenn ein Virus im Weg ist und fordern unsere Idole heraus. Manchmal fallen wir, aber wir stehen wieder auf. Manchmal werden aus Millisekunden Momente für die Ewigkeit. Manchmal auch nicht. Wir sagen wirf, spring. Vergiss das mit den Pausen, denn irgendwo wartet ein Wettkampf auf dich. Und egal, ob wir zeigen können, was in uns steckt, wir treten ab. Weil es Träume gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt.